Hallo liebe Community und ganz herzlich willkommen zum Entscheidungsvideo um die FIFA 15 Karrieren bei uns im Kanal EA Multigamer. Übrigens ja, schön, dass ihr festgestellt habt, dass der Alf und ich zwei Mann sind, die diesen Kanal machen. Und das bedeutet, in FIFA geht alles auf meinen Uploadplan und alles andere momentan geht auf Alf. Einfach, weil ich momentan keine Zeit mehr habe, schon lange kein WoW mehr zu spielen, Diablo 3 zu spielen, etc. Aber davon jetzt auch weg, wir wollen zu FIFA 15 zurück. Und das ist ja einfach mal so, dass ihr ein super geiles Feedback gegeben habt. Dafür mal eben danke. Ich rufe mir das eben mal auf hier, um mal zu gucken, wie viele Kommentare unter diesem Video sind. Das macht mich mega, mega, glaubt mir. Finde ich super geil. Ich finde es gut, wenn abgestimmt wird, weil dann ist es einfach so, Leute, ich will ja nur euer Bestes in Anführungsstrichen. Das würde ich ja nochmal sagen, euer Geld, aber das haben wir ja nicht. Also es waren 76 Abstimmungen von ungefähr 500 Views auf diesem Infovideo, sehe ich gerade. Besser kann man es nicht haben. Alles taco. Und es war eine sehr, sehr deutliche Meinungsbildung. RB, Barca und Bayern. Also RB und Barca wird ab dem Montag dann wieder abwechselnd, jeden Tag kommen unter der Woche. Ich werde es dann so machen, dass ich Freitag und eventuell Sonntag oder Freitag und Samstag die Bayern hochlade und unter den anderen Tagen immer abwechselnd die Videos. Und eventuell, eventuell starte ich einen revolutionären Akt eines weiteren Projektes. Aber dazu muss ich erstmal eine Prüfung rumbekommen. Dazu müssen wir erstmal in Mai kommen. Dazu brauche ich einfach wieder mehr Zeit. Jetzt muss ich mich erstmal darauf konzentrieren. Ich habe in fünf Tagen die Prüfung und in sechs Tagen beziehungsweise, ja, also da liegt noch ein bisschen Thema gerade vor mir. Und dann kann ich mich um sowas kümmern. Da muss es auch von Schichten passen. Und dann fange ich das an. Ich habe mir das vorgestellt, so eine Art Karriere in der zweiten Liga mit sowas wie einem Fantasy-Draft, aber mit bestimmten Regeln. Dazu komme ich dann, wie gesagt, später. Das interessiert erstmal nicht. Für euch das Wichtige ist jetzt Barca, RB und Bayern. Das sind die Karrieren, die weiter laufen. Milan und Liverpool setze ich auf Eis eben, weil es auch so gewünscht ist. Und ich nehme das auch zur Kenntnis. Ich finde das auch gut, denn so ist weiterhin die Vielfalt gegeben. Ich glaube trotzdem, man hat immer noch erwähnt, denn zwar fünf Karrieren, aber die anderen YouTube-Kanäle haben immer noch keine drei Karrieren laufen. Das muss ich auch mal ganz klar sagen, ja. Und dann kommt eventuell noch eine vierte dazu. Das kann ich aber noch nicht ganz versprechen. Daher erstmal vielen, vielen Dank für euer Feedback. Macht bitte weiter so und haltet uns die Treue. Danke fürs Zuschauen. Ciao und haut rein. Und viel Spaß bei sowas wie Livestream am Sonntag mit RB. Für 10 Uhr.